Der hat sich mit Rotbänen Da hat er nicht am Haken zum Nutzungelärbe weg transportiert, wenn man glauben hat mit den verbogenen Kräumen da Es schaut so witzig aus, echt Wenn du Angst hast, stellst die Strache noch ein bisschen mehr auf Und was sie auch machen, sie verkrallen sich mit ihren Krallen am Boden damit du dich nicht umdrehen kannst Witzig